Du wirst auch einmal den Rhein wieder besuchen, den Garten deines Vaterlandes, der dem Ausgewanderten die Heimat ersetzt, wo die Natur so freundlich groß sich zeigt. So schreibt Bettina von Arnim an keinen Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe. Doch nicht nur die Natur ist es, die sich am Rhein in ihrer wahrhaftigen Größe zeigt. Auch die menschliche Architektur erreicht hier ungeahnte Dimensionen. Majestätisch, mächtig, monumental erhebt sich hier in Speyer ein Weltwunder des Mittelalters, der Kaiserdom der Saalischen Dynastie. Speyer am Morgen Eine Kulturstadt erwacht zum Leben. In ihrer Mitte ein UNESCO-Welterbe. Der Dom zu Speyer gilt heute als die größte romanische Kirche der Welt. Er wird im 11. Jahrhundert als Machtsymbol der Saalischen Königsdynastie errichtet. Durch ihn zeigen die mächtigen Salier ihren Herrschaftsanspruch und ihre Verbundenheit zu Gott. Nach dem Aussterben der Otonen gelangt im Jahr 1024 n. Chr. Konrad II. an die Regentschaft im Heiligen Römischen Reich. Unter seiner Führung ergeben sich zahlreiche verwaltungstechnische Neuerungen. Burgund wird jetzt Teil des Imperiums. Ehrgeizige Ministerialen erleben ihren Aufstieg und der Burgenbau erreicht neuartige Dimensionen. Der König selbst sieht sich in der Tradition seiner Vorgänger als Schutzherr der Kirche und von Gott erwählt. Gleichzeitig möchten die Saalier durchgehend Einfluss auf die Kirche nehmen und eine Reform derselben anstreben. Verantwortlich dafür sind die Reformgedanken des Klosters Cluny. In seinem Verständnis von Macht setzt Konrad II. noch vor dem Jahr 1030 den Grundstein für den Kaiserdom in Speyer. Der Dom wird zu einem Zentrum des Reiches werden. Wichtige Handels- und Verbindungsstraßen laufen auf ihn zu. Die Weihe des Doms erfolgt bereits im Jahr 1061. Unter Heinrich IV. ist der Dombau in Speyer vollendet. Die Ausmaße des Bauwerkes sind überwältigend. Fast 134 Meter Länge misst die Kirche. Das Mittelschiff selbst ist alleine 33 Meter hoch. Der Dom nimmt die Form eines Kreuzes an. Auch die Maße von Höhe und Länge, die Anzahl der Stufen um das Portal, die Gliederung der Absis, alles nimmt hier, detailliert geplant, Bezug auf die biblische Sprache der Zahl. Weltliches Leben und Vollendung werden gleichzeitig zum Ausdruck gebracht. In seiner Bauweise folgt der Dom dem damaligen Zeitgeist. Er ist somit ein romanisches Bauwerk. Was bedeutet dies konkret und welchen Beitrag hat der Dom für das heutige Verständnis von der Romanik geliefert? Heute, nach der Zerstörung von Klinie, ist der Speyerer Dom die längste erhaltene romanische Kirche der Welt. Also die Ausmaße sind wirklich ganz gewaltig. Und der Speyerer Dom ist auch stilbildend geworden für die Romanik. Romanik, dieser Begriff stammt aus dem 19. Jahrhundert, ist eigentlich so ein bisschen abwertend gemeint für diese Art zu bauen wie die Römer. Also man hat es nachgemacht, aber vielleicht nicht ganz erreicht, zumindest hat man es im 19. Jahrhundert dann gesehen. Und kennzeichnend sind eben Stilelemente, die wir auch von antiken Bauwerken kennen, nämlich die Rundbögen und die Gliederung der Fassaden oder auch der Innenräume, der Wandflächen durch Halbsäulen, Dreiviertelsäulen oder auch Wandvorlagen. Und eben die Kapitelle, die oft auch in Anlehnung im Stil antiker Vorbilder gehalten sind. Viele romanische Elemente des Doms sind hier mit einer derartigen Perfektion und dermaßen beeindruckend konstruiert, dass sie zum Vorbild für zahlreiche andere Bauwerke dieser Zeit werden. Auch wenn die Kirche unter einem großen Brand von 1450, der Zerstörung der Stadt unter dem französischen König Ludwig XIV und Verwüstungen durch französische Revolutionsherre zu leiden hat, kann der Dom ab 1818 unter König Max I. von Bayern wiederhergestellt werden. Trotz der zahlreichen Katastrophen und der Restaurierungen im Stile des 19. Jahrhunderts lassen sich heute noch die einprägsamen Stilelemente der romanischen Baukunst bewundern. Zum einen haben wir hier im Hintergrund auch sichtbar an der Absis und auch am Querhaus um den ganzen Dom umlaufend eine Zwerggalerie. Also das ist dieser Säulengang direkt unter der Dachtraufe. Das gibt es zum ersten Mal in dieser Form so in Speyer, dass eben das ganze Gebäude von dieser Zwerggalerie umgeben ist und dass die auch begehbar ist. Und eben das ist ein Element, was andernorts dann auch kopiert wurde. Zum anderen haben wir eine sehr große Überwölbung. Das war auch die größte der Antike des Mittelschiffs. Und auch die Anordnung dieser Turmgruppen, das ist eben auch was, was charakteristisch ist. Wozu man ein bisschen näher hingehen muss, ist, um zu schauen, wie die Verzierung ist mit Ornamenten, gerade auch am Querhaus, ist das sehr eindrucksvoll. Also auch das ist ein herausragendes Beispiel Architektur aus dieser Zeit. Und das alles sind eben auch Zusammengründe, warum der Speyerer Dom UNESCO Welterbestätte wurde. Und die wurde er schon 1981, also sehr früh. Auch in seinem Inneren weiß der Dom zu überzeugen. Hier sieht man klar die Grundidee des gebundenen Systems. Einem Joch im Mittelschiff, entsprechend zwei Joche in den Seitenschiffen. Natürlich hat sich der Dom über die Jahrhunderte hinweg in seiner Innenausstattung immer wieder verändert. König Ludwig I. von Bayern beispielsweise lässt das Gotteshaus vollständig ausmalen. Im Zuge späterer Restaurierungsarbeiten werden die Malereien wieder abgetragen. Kleinere Kapellen schmücken den Kirchenbau und gewähren die Möglichkeit, sich in Stille zurückzuziehen. Die Taufkapelle gilt dabei als einer der ältesten Räume des Domes. Die Katharinenkapelle über ihr wurde 1857 bis 1858 neu aufgebaut. Kontinuität und Wandel ziehen sich durch das gesamte Gotteshaus. Der Kaiserdom enthält ferner die Herrschergrablege der saarlischen Dynastie. Neben dem Erbauer Konrad II. sind hier seine gesamten männlichen Nachkommen, Heinrich III., Heinrich IV. und Heinrich V. bestattet, zudem vier weitere Könige des Mittelalters. Dies macht den Dom zur ersten großen transdynastischen Grablege auf deutschem Boden. Die Gruft selbst, in ihrem heutigen Zustand, stammt nicht aus der anfänglichen Bauzeit. Nach Grabungsarbeiten Anfang des 20. Jahrhunderts hat man versucht, die Kaisergräber für die Bevölkerung wieder sichtbar zu machen. So können diese heutzutage über die Krypta erreicht werden. Wir stehen jetzt in der Krypta des Domes, das ist die Unterkirche. Die Krypta in Speyer, Superlative sind ja das Kennzeichen des Speyerdoms, ist die größte Hallenkrypta, die es gibt, zumindest nördlich der Alpen. Die Krypta zeigt einfach von den Dimensionen her, sowohl von der Ausdehnung als auch von der Höhe der Gewölbe, die sind sechs Meter hoch fast, dass diese Kirche mit einem besonderen Anspruch erbaut wurde. Die Krypta hat eine strenge geometrische Gliederung, ist in drei Arme gegliedert. Die Krypta umfasst die Fläche des gesamten Querhauses des Speyerdoms und der Absis, ist also eine sehr große Fläche und dieser Bereich, in dem wir jetzt auch stehen, das ist der nördliche Querhausarm, der ist unterteilt in dreimal drei Gewölbejoche. Drei ist ja eine himmlische Zahl, die Trinität, die göttliche Dreieinigkeit, die ist quasi hier verbaut und es ist auch Kennzeichen ohnehin der romanischen Architektur, dass eben geometrische Einheiten streng, das heißt ohne viel Dekor gestaltet sind und sich eben wiederholen und was damit ausgedrückt ist, ist die göttliche Ordnung. Von der Krypta hinauf in den Kaisersaal. Hier, oberhalb der Vorhalle, befindet sich ein Raum, der mit der Errichtung des neoromanischen Westteiles entstanden ist. Zu sehen sind da die neuen Fresken, die im Zuge der Domrestaurierung von den Wänden abgetragen worden sind. Im Mittelschiff verblieben ist schließlich nur ein 24-teiliger Marienzyklus. Vier Malereien stellen hier einen Stephanuszyklus, vier weitere einen Zyklus um Bernhard von Clairvaux dar. Für die Darstellung der Marienkrönung aus der Absis ist eigens eine Kuppelkonstruktion errichtet worden. Von der hier zugänglichen Aussichtsplattform ergibt sich ein Blick über ganz Speyer und das Umland. Der Kaiserdom hat Jahrhunderte überdauert, Kriege überstanden und Frieden erlebt. Er ist Zeuge einer längst vergangenen Geschichte, Vorbild eines gesamten Baustils und Denkmal für die Ewigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017